So Leute, wir befinden uns gerade an einem ziemlich heiklen Punkt am Bitcoin-Markt. Werden wir nach unten durchbrechen, durch die orangenen Box bei 58.000 Dollar. Und falls ja, was passiert dann mit dem Bitcoin-Preis? Genau das werden wir uns gleich im Video anschauen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Langzeitaussicht von Bitcoin. Wir sprechen über die Bitcoin-Dominanz, Altcoins ganz allgemein. Und dann werdet ihr mir nicht glauben, was der größte Bitcoin-Wahl gerade gemacht hat. Das ist also etwas super Interessantes und vor allem etwas, das ihr auf gar keinen Fall verpassen wollt. Und damit, willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns jetzt auch direkt mal damit anfangen, über den Bitcoin-Preis zu sprechen. Und wo wir jetzt gestern aufgehört haben, das war, dass wir jetzt irgendwo hier in diesem Bereich auf der 4-Stunden-Chart gewesen sind. Und gestern habe ich euch also gesagt, dass es relativ wahrscheinlich danach aussieht, als würden wir noch einmal nach unten kommen und die orangenen Box antesten. Aber ich habe halt auch gesagt, dass ich zumindest glaube, dass die ersten paar Male, wenn wir nach unten kommen, die orangenen Box halten würde. Und jetzt kann man sehen, dass der Kaufdruck von der orangenen Box an, also wirklich richtig groß gewesen ist. Wenn man jetzt mal hier diese große Kerze anschaut, dann können wir sehen, dass wir quasi direkt bis über die orangenen Box bei 58, 500 Dollar gedroppt sind. Und dann haben wir einen massiven Schub für Bitcoin nach oben gesehen. Und wir haben den Preis also den ganzen Weg zurück bis zu 60, 500 Dollar nach oben getrieben. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich cool zu sehen. Aber wir haben es halt nicht geschafft, über die orangenen Linie bei 61,000 Dollar zu steigen. Wir haben jetzt hier stattdessen ein paar unentschlossene Kerzen gehabt. Diese massive Kerze hier, die beide der Linien im Grunde genommen gleichzeitig innerhalb von einer 4-Stunden-Kerze getestet haben. Also bis jetzt sieht alles wirklich richtig brenzlig aus und im Grunde genommen auch interessant. Wir sehen diese Volatilität, aber wir können halt auch sehen, dass diese orangenen Box eine richtig, richtig große Unterstützung für Bitcoin sein wird. Also selbst wenn wir nochmal nach unten kommen sollten und tatsächlich in die orangenen Box kommen, denke ich und ich sage das jetzt auch nochmal, ich glaube, dass das hier eine gute Unterstützung für Bitcoin sein wird. Wenn überhaupt, dann verkaufe ich definitiv nicht in diesem Bereich. Wenn ich überhaupt etwas mache, dann würde ich, sollten wir in die orangenen Box kommen, ein Käufer sein. Weil zumindest mal kurzfristig glaube ich, dass wir hier für Bitcoin auf jeden Fall einen Pump nach oben haben werden. Für den Fall natürlich, dass wir überhaupt zu diesem Level sinken sollten. Das ist jetzt also das, was ich persönlich hier beobachte. Und alles sieht im Grunde genommen also immer noch recht in Ordnung für Bitcoin aus. Zumindest mal kein Grund zur Panik, meiner Meinung nach. Abgesehen davon, wenn wir jetzt mal auf den Tageschart schauen, dann können wir sehen, dass der Breakdown aus diesem massiven Rising Wedge immer noch andauert. Ich meine, das technische Preis hier dieses Kaltes liegt jetzt hier unten bei 53.285. Und wo wird uns das Ganze jetzt bringen? Naja, das würde bedeuten, dass wir von der orangefarbenen Box jetzt hier nach unten durchbrechen müssten. Was meiner Meinung nach, wie gesagt, eine große Unterstützung sein wird. Deshalb wird es gar nicht mal so leicht sein, dass der Bitcoin-Preis dann runterkommt. Aber sollten wir das machen und wir sehen dann eine weitere Korrektur, sagen wir mal hier zur Unterseite dieses Wedges, dann wird der Preispunkt, über den wir hier sprechen, bei rund 52.000, 53.000 Dollar sein. Der, was jetzt hier direkt über der orangefarbenen Box liegt. Im schlimmsten Fall würde ich jetzt also kurzfristig rund 51.000 bis 52.000 für Bitcoin sagen. Aber ich sage jetzt natürlich nicht, dass wir überhaupt so tief sinken. Ich sage nur, das wäre das technische Preisziel von diesem Wedge. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die richtig große Unterstützung bei 57.000 Dollar liegt und auch nicht so leicht aufgegeben wird. Was ihr mit dieser Information machen möchtet, könnt ihr natürlich für euch selber entscheiden. Aber sollten wir tatsächlich jetzt hier einen massiven Verkaufsdruck für Bitcoin sehen, dann ist das nächste Level, was wir im Auge behalten müssen, 51.000 Dollar. Und je tiefer wir gehen, umso größer wird die Kaufgelegenheit sein, Leute. Denn wenn man jetzt, sagen wir mal, bei rund 68.000 Dollar Bitcoin gekauft hat, mit der Erwartung, dass Bitcoin vielleicht 140.000 Dollar erreicht, dann wäre das umgerechnet ein Gewinn von 100% mit Bitcoin. Und klar, wir haben jetzt diese orangefarbene Linie hier, was sich als großer Widerstand erwiesen hat. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, dass Bitcoin auf, ich weiß nicht, sagen wir jetzt einfach mal auf 50.000 Dollar fallen würde. Wenn man jetzt also hier bei 50.000 Dollar kauft, dann muss Bitcoin, damit wir auch wieder 100%igen Gewinn machen, lediglich auf 100.000 Dollar steigen. Und wenn wir dann doch noch sehen, dass wir auf 140.000 Dollar mit Bitcoin steigen, was vorher ja ein 100%iger Gewinn gewesen wäre, wenn man also hier oben gekauft hätte. Wenn wir jetzt also dieses Preisniveau sehen und man hat stattdessen bei 50.000 Dollar gekauft, dann wird das eher ein, naja, ein 175%iger Gewinn sein. Aus diesem Grund sage ich jetzt auch die ganze Zeit, Sollten wir mit dem Bitcoin-Preis weiter nach unten sinken, naja, dann werde ich halt ganz einfach noch mehr Bitcoin kaufen. Das Blut auf den Straßen ist zum Kaufen da. Leute, selbst wenn das Blut von einem selber ist, um das mal so zu sagen, sollten wir weiter nach unten sinken, werde ich auf jeden Fall Bitcoin kaufen. Das möchte ich nur noch einmal ganz, ganz klarstellen. Ach so, und klar, ihr könnt das natürlich auch alles hier live auf dem Kanal mitverfolgen, denn wie ihr wisst, ich bin ziemlich transparent damit. Okay, und jetzt lasst uns vielleicht mal diese orangenen Linie ein bisschen hier auf dem 4-Stunden-Chart anpassen, denn wenn wir nach unten gehen, haben wir diesen Wig hier. Und jetzt mal schauen, hm, also vielleicht macht das hier mehr Sinn. Dann hat man jetzt also diesen Wig hier, wird allerdings auch diesen Wig hier verlieren, aber trotzdem, doch, ich würde sagen, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Deshalb werde ich jetzt diese orangefarbene Linie mal an diese Stelle einfügen, weil es ist ja eigentlich ganz klar, was das für ein wichtiges Level ist, das man unbedingt im Auge halten sollte, weil diese Kerzen, die liegen ja quasi direkt auf dieser Linie. Okay, soviel also schon mal zu Bitcoin. Und eine weitere Sache, auf die man bei Bitcoin achten sollte, ist etwas, worüber ich gestern auch schon gesprochen habe, und zwar der erste Moving Average auf dem Daily Chart, was der 21 Daily Moving Average gewesen ist. Und was man sehen kann ist, ja, das ist auch ein Punkt, an dem wir Unterstützung für Bitcoin gefunden haben, was natürlich dieses ganze Level hier noch einmal verstärkt. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich glaube, dass das hier auf jeden Fall ein starkes Level sein wird, also die orangenen Box bei 57.600 Dollar. Die Bitcoin-Dominanz, die nimmt in diesem Moment tatsächlich zu. Das bedeutet natürlich, dass Bitcoin jetzt im Vergleich zu Altcoins stärker wird. Und, naja, Altcoins bluten halt immer ein bisschen mehr aus als Bitcoin. Okay, und jetzt zum großen Bitcoin-Wall. Leute, das wird euch umhauen, und es ist ja auch schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Was ist jetzt seit dem letzten Mal passiert? Naja, wie ihr wisst, der Bitcoin-Wall, der neigt ja dazu, bei meinen Widerstands-Leveln Gewinne mitzunehmen und dann wiederum bei meinen Unterstützungs-Leveln weitere Bitcoin zu seinem Portfolio hinzuzufügen. Schauen wir uns jetzt also mal an, wo der große Bitcoin-Wall 1.500 Bitcoin verkauft hat. Nicht 1.500 Dollar, Leute. 1.500 Bitcoin, was ja rund 7 Millionen Dollar entspricht. Also mehr als 7 Millionen Dollar sogar. Das war jetzt also genau bei 67.000 Dollar am 9. November. Der 9. November war jetzt also ziemlich genau hier an dieser Stelle. Also, der große Bitcoin-Wall, der hat jetzt direkt an der orangenen Box hier Profite genommen. Und genau deshalb sage ich ja auch, ihr müsst unbedingt schauen, was der Bitcoin-Wall macht. Oder, naja, ihr müsst im Grunde genommen einfach nur meine Level beobachten, schätze ich mal. Und der größte Bitcoin-Wall, der neigt jetzt dazu, seine Züge auszuspielen. Naja, also ich sage jetzt natürlich nicht, dass er meinen Kanal oder irgendetwas beobachtet. Ich sage einfach nur, dass es ganz offensichtlich ist, dass die Ebenen, die ich hier eingezeichnet habe, dass das die gleichen sind, die auch der Bitcoin-Wall nach seiner eigenen TA zumindest beobachtet. Ich sage jetzt, wie gesagt, nicht, dass er meinen Kanal beobachtet oder so. Aber, hey, wer weiß, vielleicht macht er das ja. Okay, und auf jeden Fall hat er jetzt hier bei 64.200 Dollar mehr Bitcoin akkumuliert. Das war am 13. November. Der 13. November war jetzt genau hier. Er hat jetzt im Grunde genommen direkt an der orangenen Schwammenden Box Bitcoin akkumuliert. Also, hier Gewinne mitgenommen und dann mehr Bitcoin gekauft. Und jetzt nochmal, ein richtig, richtig großer Kauf. Es wurden ganze 1.647 Bitcoin gekauft. Und zwar, wo jetzt? Im Grunde genommen, also tatsächlich genau heute. Heute hat er bei 59.800 Dollar Bitcoin gekauft. Wenn wir mal schauen, dann ist das im Grunde genommen wirklich direkt über meine orangenen Linie hier gewesen. Und wie ihr wisst, die orange formende Box war jetzt schon immer ein super starkes Level. Auf jeden Fall wieder mal ein richtig interessanter Ort vom Bitcoin-Wall, der hier am großen Widerstand akkumuliert und dann wieder Gewinne mitnimmt. Oder andersrum, an einer großen Unterstützung akkumuliert und dann beim Widerstand Gewinne mitnimmt. So, dann kommen wir mal zu Ethereum. Und auch hier gehen wir jetzt leider nach unten. Die nächste Unterstützung liegt bei 4.000 Dollar. Und das wird auch höchstwahrscheinlich eine richtig große Unterstützung sein. Weil, Leute, das war eine große Runde Zahl. Das war ein großes Widerstandslevel, als wir auf dem Weg nach oben gewesen sind. Und alte Widerstände werden zu neuer Unterstützung, wenn man einmal durchgebrochen ist. Okay, und was können wir zu Cardano sagen? Naja, in diesem Moment brechen wir von der orangefarbenen Linie hier bei 1 Dollar und 82 Cent nach unten durch. Das nächste große Unterstützungstevel liegt jetzt bei 1,5 Dollar. Also die orangefarbene Box bei 1,50 Dollar. Da könnt ihr auf jeden Fall mal drauf achten. Die traditionellen Märkte sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also im Grunde genommen sogar relativ gut. Was mich jetzt natürlich noch zuversichtlicher mit Bitcoin macht. Und mit generell den Kryptomärkten. Denn ich glaube, dass das jetzt einfach nur ein kleiner Rückschlag ist. Das Ding ist jetzt, Leute, wir haben uns ja daran gewöhnt. Wisst ihr noch, wie die Dinge damals ausgesehen haben? Also so viele Leute waren so bärisch, als wir hier unten gewesen sind. Tatsächlich, lasst uns mal zurück auf der Tagesschart schauen. Also hier, auf dieser Chart hier. Und, achso, nebenbei, diese blaue Linie hier, das ist der Punkt, wo ich am 25. November erwarten werde, dass nach der blauen Linie, also das ist eine wichtige Linie, nach dieser blauen Linie rechne ich jetzt damit, dass wir richtig gut mit Bitcoin laufen werden. Dass Krypto ganz allgemein sich gut entwickeln wird. Und wir sind in diesem Moment schon ziemlich nah dran. Wir können jetzt also beobachten, wie sich diese Kerzen entfalten. Und dann können wir mal schauen, ob ich damit richtig oder falsch liegen werde. Aber jetzt schaut mal, wir sind schon mal da gewesen. Wir hatten riesige Korrekturen. Wir sind sogar mit dem Bitcoin-Preis nach unten korrigiert. Und zwar bis zu 30.000 Dollar. Bevor wir dann allerdings einen weiteren riesigen Pump in Bitcoin hatten. Korrekturen sind ein ganz normaler Teil der Kryptomärkte. Ganz natürlich Korrekturen, die zum Kaufen da sind. Vor allem, wenn man jetzt dieses Slam-Dunk-Level hat, wo man große Runde Zahlen hat und doppelte rote Linien, orangefarbene Boxen. Also alles, was immer ein riesiges, großes Unterstützungslevel gewesen ist. Und trotzdem müsst ihr euer Risiko managen. Also geht niemals all in. Also habt niemals euer komplettes gesamtes Vermögen in Krypto. Schöpft nicht eure Kreditkarten aus. Also macht keine Dummheiten, Leute. Es wird viele Möglichkeiten geben im Krypto-Bereich, wo ihr richtig viel Geld verdienen könnt. Und wenn man jetzt einfach bei Unterstützung kauft, nehmt einfach ein bisschen Gewinn mit, sobald wir bei Widerstandsleveln angekommen sind. Ich meine, ihr könnt ja auch ein paar kurzfristige Trades machen. Ihr steigt bei Unterstützung ein, nehmt dann wieder bei Widerständen Gewinne mit und dann werdet ihr dazu in der Lage sein, auch ein Vermögen mit der Zeit aufzubauen. Wie gesagt, das ist ein Marathon. Das ist kein Sprint. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch mal einen Kommentar da. Teilt das Video auch mit euren Freunden oder auch mit Leuten, die ihr nicht kennt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.